Wir spielen Gas Station Simulator. Supermarkt hat nicht funktioniert, Supermarkt ist pleite gegangen. Wir werden eine Tankstelle eröffnen. Wir werden die beste Tankstelle überhaupt eröffnen. Aral kann einpacken, Shell kann einpacken. Alle können einpacken, denn wir sind jetzt hier. Glückwunsch, du bist jetzt der Besitzer der Dust Bowl Tankstelle. Zwölf ist du denn das Bett? Na dann. Uff, uff, Maloren, finde und betrete die Tankstelle. Okay, wohnen wir in der Tankstelle, oder was? Jo, wir wohnen in der Tankstelle. Wo muss ich denn hin? Ich habe da vorne eine Mission, ein Fragezeichen. Ist das hier vernagelt, hier Zombie-Apokalypse, oder was? Boah, ist das hier runtergekommen. Das ist der Kassenbereich. Aufgabe erledigt, super. Folge dem Hochspannungskabel und finde einen Weg, den Strom einzuschalten. Na gut, dann folge ich mal dem Hochspannungskabel, ne. Was bleibt mir anders übrig? Vielleicht muss ich hier vorne einen Generator anmachen. Habe ich einen eigenen Generator für diese Leitung, oder was? Boah, das ist auch alles meins hier. Ah, ich habe mal einen Generator. Das sieht sehr, sehr sicher aus alles. Nehmen wir den Anruf in der Telefonzelle entgegen. Oh, der erste Anrufer direkt. Ja-ha. Hallo? War auch schön, mit dir zu sprechen, obwohl ich nichts gesagt habe. Aber also, der hilft uns, indem wir E-Mails von ihm bekommen. Super. Was ist hier? Übergang zwischen Karten. Du kannst den Wegweiser zwischen den Karten wechseln. Es gibt verschiedene Karten. Ich habe eine neue E-Mail, ja. Hätte er mir das nicht gerade am Telefon sagen können? Boah, wir haben eine Tanke. Was ist denn das hier? War das für Öl, oder was? Sorry, jetzt ist vielleicht ein guter Zeitpunkt, euch zu sagen, ich kenne mich gar nicht mit Autos aus. Ich habe keine Ahnung von irgendetwas. Ich bin froh, wenn es ein Denkrad hat und im besten Fall vier Räder und dann... Gut. Tankstelle. Ja, das ist meine Tankstelle. Nachrichten. Hallo? Oh, der Dialekt war nie wirklich meine Stärke, wie auch immer. Ich habe gerade gehört, dass du eine solide Investition getätigt hast. Schade, dass du deinen Wagen verkaufen musstest. Du hättest mich ja um ein Darlehen bitten können. Ich werde einige Tipps und Tricks zu deinem Vorhaben beisteuern. Meine E-Mails werden in regelmäßigen Abständen kommen, sodass alles übersichtlich bleibt. Okay, das sollte dir helfen, diese Tankstelle zum Laufen zu bringen. Vergiss nicht, Gewinn zu erwirtschaften. Fange mit der Sanierung an... Okay, ich fange mit der Sanierung der Zapfsäulen an. Oh, und mach dir keine Sorgen wegen des Geldes für diesen Teil. Wir sind schließlich Familie. Okay, cool. Das heißt, wir kriegen... Money von ihm, um da erstmal einen Schuss zu kriegen. Und wir können in den Minibagger steigen, der Rudy heißt. Hallo, Rudy. Minibagger, Steuerung des Minibuggers, WSAD, bla 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 bla. Ja, ich bin Profi, ich kriege das hin. So. Ach, guck mal, da sind wir. Hell yeah, Kauberhut und alles. Kein Kraftstoff mehr. Das hat jetzt nicht so gut funktioniert. Woher kriege ich denn Kraftstoff für das Scheißding? Was ist denn das? Ich bin an der Tankstelle und ich habe keinen Kraftstoff mehr? Ah. Sag ich mal, hat er mir was geschrieben zum Kraftstoff? Zwei neue Fahrten Minibagger. Du benötigst einen Kanister, um Rudy aufzutanken. Öffne das Werkzeuginventar, um ihn zu finden. Behalte das Inventar im Auge. Ich bin mir sicher, dass die Zeit wächst. Okay. Äh. Also ich sehe jetzt hier keinen Kanister. Dekoration, Regale, Produkte. Was für Kanister auf Tab finden. Aber den ist ein Fragezeichen. Ich gehe jetzt mal zum Fragezeichen. Wahrscheinlich werde ich hier durchgeführt. Aha. Hier haben wir den Kanister. Check ich. Oh, was bist du denn? Oh. Wächst der noch oder bleibt der so klein? Was ist das denn? Oh, was ein Süßi. Na gut. Platzieren wir erstmal. Ich hoffe, dass ich nicht so eine Service-Tank stelle, wo ich die anderen Autos volltanken muss. Das können die schön selber machen. Hier werden die Kunden noch zur Selbstständigkeit erzogen. So. Aufgabe erledigt. Nice. So, Rudy. Jetzt geht's ab hier. Ruby, Ruby, Ruby. Papp, papp. Boah, ich habe sogar Turbo. Oh, hell yeah. Oh, shit. Nicht hell yeah. Aber so ein bisschen hell yeah. So. Äh, ich kenne die Steuerung nicht. Auch mal überhills. Halte Schiffen, Turbo zu verwenden. Handbremse ist mir egal. Wie mache ich denn den Bums weg? Das steht ja nicht. Ich habe so ein Gefühl, dass das nicht weniger wird. Boah, der Sprit geht ja auch voll leer. Ich will diesen scheiß Haufen wegmachen. Das kann nicht so stehen. Die Schippe ist doch schon auf dem Boden. Gib dir doch mal Mühe. Ich muss direkt davor stehen bleiben. Und kann dann... So. Okay, verstanden. 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 Nice. Aufgabe erledigt. Ich habe eine neue Mail. Lass mich mal ganz kurz mit Ruby... Nochmal mit Ruby, meine ich. Nochmal hinfetzen. Weil guck mal, das hier können wir doch jetzt auch... Man muss direkt davor stehen bleiben. Und dann... Warte mal, ob das Menü aufploppt. Und dann kann man das hier abtragen. Komm, nochmal ein bisschen was getan hier. Böse Gefühl. Ist doch schön. Oh, shit. Oh nein. Wer kennt das? Der Sprit ist Alu. Man kann nicht mehr lenken. Naja, gut. Und jetzt nochmal tanken. Ey, die brauchen nicht mehr getankt werden. So, was muss ich hier machen? Ich kann es anschalten. Die Tankstelle ist frei. Let's go. Die ersten Kunden können kommen. Ja, dann sollen die Kunden mal kommen, ne? Ich weiß noch gar nicht, wie ich die abbuchen kann. Weil... Funktioniert das hier alles? Was habe ich denn für Lieferung? Kraftstoff. Oh, ich muss Benzin bestellen. Wie? Kommt das nicht wie Strom? Einfach aus der Steckdose? Ich meine, 200 kann ich fassen, ne? Dann bestelle ich aber mal 200. 400 habe ich. Ich habe gerade eh noch kein Geld. Oder doch, 450 habe ich. Egal, machen wir. Machen wir voll. Haben wir 200 Liter getankt. Kann ich das bitte hier aufräumen irgendwie? Ich kann das hier leider nicht mitnehmen. Ich würde es hier gerne alles wegräumen. Kommt, wer will denn hier einkaufen? Das will man maximal überfallen. So, was ist das hier denn für ein Vergnügungspark? What the hell ist das? Ich habe hier eine Arcade-Maschine. RC-Auto-Rennen. WSAD. Space-Sams-Springen. Durchfahre alle Kontrollpunkte der angegebenen Reihenfolge. Wenn das Rennen unter 1,25... Ich kriege eine Belohnung? Von wem? Ich kann mit der Tast zu springen. Oh. Gut, das war kein guter Zeitpunkt, das zu testen. Okay, ich muss 20 Mücken verdienen, Leute. Scheiß mal auf alles. Scheiß auf Kunden. Der Ernst des Lebens beginnt hier. 5 von 17. Oh. Fuck. Reicht es denn aber auch schnell aus der Kurve denn? Der rotzt hier. Nee. Oh, kennt jemand das Spiel Funkflitzer, Leute? Bitte sagt mir jemand, dass ihr das Spiel Funkflitzer kennt. Nein. Was war das? Das Auto hat ein Eigenleben. Ja. Oh, Funkflitzer war so fricken gut. Oh. Also ich glaube, die angegebene Zeit werden wir nicht schaffen. Also ich schaffe die vielleicht, aber ihr auf jeden Fall nicht. Fahr. Hallo. Hä? Hä? Ich. Okay. Wer kann noch? Wie viel, was, welche Zeit müssen wir denn eigentlich schaffen? Oh ja, super. Und der Rampe hat mir gerade noch gefehlt. Sobald der abhebt, kann ich den in der Luft steuern, was nicht so geil ist, weil man auch nach vorne drücken muss, ein Gas zu geben. Das war ein Trick. Easy. 1,38. Errungenschaft. Hab ich. Boah, Funkflitzer war so geil. Das hatte so ein geiles Geräusch. Oh, das war so gut. So, sorry, dass du warten musstest. Ich musste noch mit meinem Funkflitzer spielen. What the f... Ist das... Ist das nach Elon Musk gemodelt? What? Tesla geht's nicht so gut. Das kann kein Zufall sein. Steht da Elon Musk drauf. Surprise 66. Aha. Mhm. Na gut, dann pumpen wir das mal ab, ne? Vom Wagen einfach in meinen richtig gammligen Tank. Hab ich überhaupt gecheckt, ob der... Ob der dicht ist? Naja. Was ist ein cooler Tankwagen denn auch? Sieht eher aus wie so ein Leichenwagen. Für sehr lange Menschen. Ich hab nen Kunden! Du kannst doch selber tanken, ne? Ich seh, du hast da zwei funktionsfähige Arme, hätte ich fast gesagt. Aber ich weiß gar nicht, ob die funktionieren. Tanken. Greife die Zapfpistole, während der Kunde wartet. Der Tankdeckel wird visuell umrissen. Betanktes Fahrzeug. Aha. Wo muss ich bei dir tanken? Hier vorne. Ah, die Nadel ist das Ziel. Okay, ich muss jetzt gedrückt halten. Und dann loslassen, oder? Ich hab mir die Steuerung nicht so ganz durchgelesen. Oh, Zimmer Service. Ich hab gerade Nuggets geliefert bekommen, Leute. Mein Leben ist ein Traum. So. Äh. Warum hat die nicht vollgetankt? Sind meine Preise so schlimm? Habe ich überhaupt Preise? Mein 33 Dollar war das jetzt oder sowas. Und es hat Trinkgeld gegeben. Für Trinkgeld mach ich das auch gerne selber. So. Werkzeuge. Müllsäcke. Nice. Ich hab Müllsäcke erhalten. Wunderbar. Okay, 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 okay. Dann machen wir das hier mal schick alles, ne? So. Ah, der Müllsack ploppt da automatisch raus. Wie krieg ich denn das große Kladderadatsch hier weg? Krieg ich noch ne Achse, womit ich das hier alles zerlegen kann oder so? Ah, die kann ich jetzt einfach so mit der Hand nehmen. I see. Pack ich das erstmal hier alles rein. Das muss hier alles schön werden, Leute. Wir sind hier ein Laden mit Anstand. Ich muss auch alles erstmal nach vorne hieten. Was jetzt wahrscheinlich nicht viel schneller ist. Ist hier vorne auch ne Mülltoll? Oh, shit. Ähm, moinen. Hallo, Officer. Für dich hab ich etwas Besonderes parat. Wo darf ich dich denn betanken, mein Vester? Nur so voll? Was, wenn jetzt ne spontane Verfolgungsjagd kommt? Oh, ein Treffer versenkt. Ah, guck mal. 3,59 Trinkgeld. Kuss. Lieben Dank. Bitte fahren Sie vorsichtig. Lass mich eigentlich um. Ne, du fährst mich nicht um. Das ist sehr, sehr lieb. Hast du Leichen im Kofferraum? Oh, du kannst mich mitnehmen. Jeha. Ich hab aber hier eine Tankstelle zu bedienen, ne? Das ist dir bewusst. Also du musst mich irgendwann wieder zurückbringen. Unser Date hat irgendwann ein Ende. Du fährst jetzt einfach mit mir weg, ne? Äh, Junge. Hilfe. Wo willst du mit mir hin? Geh zurück. Okay, 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 okay. Ich wurde entführt vom Polizisten. So, was muss ich denn hier machen? Muss ich den irgendwann selber... Also der Müll will einfach nicht da rein, oder? Der weigert sich. Muss ich den selber irgendwann leeren oder so? Willst du mich verarschen? Da hat er einfach keinen Bock, da drin zu sein. Ich find's ja auch krass, wie günstig Einkaufswagen sind, ne? Wenn's hochkommt, 50 Cent. Maximal ne Plastikmarke. Meistens sind sie sogar gar nicht angeschlossen. Einkaufswagen sind einfach so spottgünstig. Kaufe einen Besen, damit du ihn in die Hand nehmen kannst. Sekunde. Sekunde, Kunde. Der will doch einfach nur tanken, ne? Die sind alle sehr, sehr leicht gestrickt. Das ist gut. Beehren sie mich bald wieder. Hier, ja, kriegst du noch ein gratis Brett ins Auto. Oh! Hat der mir gerade... Hat der mir gerade den gezeigt? Wir müssen den einmal mit dem Brett abweißen aus Versehen. Der macht direkt so. Na gut. Ah, finally. Und du kannst solche Kunden auch mit dem Besen begrüßen. Oh, ich muss dringend einen Besen kaufen, oder? So, Werkzeuge. Besen kaufen. Geil. So, ich hab einen Besen erhalten. Jetzt kann ich den Besen hier ausrüsten. Ah, und jetzt kann ich die Flecken hier entfernen. Die Schmocker-Hunter hier, ey. Wer ist denn hier in Plutonium getreten? Was soll denn das? Dann durch meine Bude? Safe war das, der Cop. Gut. Haben wir sauber gekriegt. Boah, ich guck mal, ob ich eine Müllabfuhr bestellen kann. Der ist ja hier jetzt wirklich... Also, der Müll weigert sich mittlerweile echt da reinzugehen. Äh, Dienstleistung. Ach, guck mal. Das Spiel weiß genau, was ich will. Ereignis Dennis? Dennis wird gelegentlich auf der Tankstelle erscheinen und Graffiti an die Wände malen. Verscheuche ihn, indem du Gegenstände nach ihm wirfst. Hey, ich hab da eine Waffe rumliegen. Das Problem kann ich einmal und ein vor allem mal lösen. Dennis, du Stück Scheiße. Wo? Ich hör dich doch da. Ihhh. Runter von meinem Rasen. Mann, ey. Kinder von heute, ne? Ich schrubb hier einmal durch, ne? Das gehört mir zum Service. Das gehört mir zum Service hier. Hier wird der Kunde nochmal von vorne bis hinten bedient. So, wunderbar. Da, so, jetzt einmal untenrum freimachen, nach vorne beugen und husten, bitte. Ah, kannst du das Auto kehren? Oh, ich kann das B kehren. Ich kann das vielleicht zu einem Motorrad machen. Oh, meine Müllabfuhrlieferung kommt da. Warte mal, die will ich mir angucken. So, verpiss dich, Alter. Ich hab ja was Spannenderes zu begucken. Ist das wieder Elon Musk? Ne. Boah, du siehst auch aus, es hättest richtig Bock auf dein Leben. Meine Güte. Wie krieg ich denn Graffiti weg eigentlich? Der hat jetzt hier ja Graffiti rumgesprüht, ne? Dennis was hier. Sehr kreativ. Kann ich das mit dem Besen einfach wegwischen? Nein. Tja, vielleicht muss ich noch irgendwas kaufen, um da drüber zu streichen oder sowas. Werkzeuge. Ach, guck mal. Da haben wir es doch. So, jetzt hab ich hier noch einen Farbroller. Nach dem Ausrüsten mittels Tab drücke Shift, um meine Farbe auszuwählen. Nähere dich einer Wand. Okay, das heißt, ich kann jetzt eine Farbe auswählen. Oh, Leute, was für eine Farbe sollen wir denn nehmen? Oh, mein fricking Gott. Ich habe Tapeten. Halloween, Weihnachten, Valentinstag. Ich glaube nicht, dass ich damit jetzt das hier nur Inseite von... Ah, nur die Inseite darf mir da... Aber, warte mal. Das würde ich mir gerne einmal angucken. Moin, ich komme sofort. Ey, geile Karre. Cooles Teil. Ich guck mal ganz kurz, ob ich hier mit einer Tapete... Was muss ich tun? Halter LB. Nur, wenn das im grünen Bereich ist, oder was? Ach so, ich muss die ganze Zeit spammen, dass es da bleibt. Oh, ich kann voll die Spooky, Scary Skeleton... Wir wollen ja Kunden ranholen. Wir wollen ja jung, frisch, dynamisch wirken. Und was würde da besser passen, als... Ja, Ocker? Oder also so ein Beige? So ein Kackbraun wird auch hart kommen. So, ich muss im grünen Bereich einfach bleiben. Easy. Wunderbar. Ich meine, das sieht doch schick aus, ne? So eine Seite bepinselt. Weil ich habe hier gerade einen Kunden. Ich muss ja auch ein bisschen Patte verdienen, ne? So. Schicke, kann ich einfach deinen Innenraum tanken? Nein. Na gut. Aral Blau. Oh, wenn wir neue Farben freischalten, ne? So eine richtig quietschpinke Tankstelle. Äh, wir müssen noch ein paar Sachen streichen. Noch ein paar Wände streichen. Der Dennis, du Schmuck! So, ich bleib im grünen Bereich. Oh. Shit. Oh. Können doch alles eben einmal streichen, ne? Ich glaube, Farbe haben wir ja unendlich. Die sollen in einer anderen Farbe, wenn ich jetzt die hier in, sagen wir mal, dieser Farbe mache. So bläulich. Mal gucken, ob das wirkt. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung von Farben, was gut zusammen aussieht. Generell sieht es ja geil aus, so Komplementärfarben zu nehmen. Keine Ahnung, was gegenüber von dem Blauton steht. Oh. Ich habe so ein Gefühl. Shit. Die Farbe ist es nicht. Egal, es hat Charakter. So ein bisschen zumindest. Wenn man ganz genau hinguckt. Oh, Halleluja. Geiles Teil. Und schicke Karasse auch. Meine Fresse, ist das hässlich. Ich meine, wenn man das vom Kunden aus betrachtet. Oder? Das sieht doch schon so aus. Äh. Boah. Sieht aus, als hätte ich hier guckt. Tod an der Wände geschmiert. Boah, ist das scheiße. Oh. Nein. Nein, 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 nein. Okay. Planendruck, da müssen wir drüber gehen. Die Farbe ist ja absolut scheußlich. Dann würde ich hier vielleicht nochmal sowas machen, tatsächlich. Das wird zwar auch scheiße aussehen, aber immerhin sieht es nicht eklig aus. Weißt du, was ich meine? Es sieht einfach aus, als hätte... Ja, komm. Als würde da drin blau und schlau stattfinden, ne? So. Dennis, was hast du hier hingeschmiert? Hast du ein Flugzeug da hingeschmiert? Artistisch kannst du hier aber echt gut ausleben. Meine Güte. Krass. Und ist das eine Move sogar? Ist das eine Move? Was haben wir hier? Ich habe einen Dietrich. Schloss knacken. Drücke A und den Dietrich zu drehen. Ja, komm. Komm, easy. Fähchen. Was muss ich machen? I see. Kann ich eigentlich auch die Kunden... Oh mein Gott. Ich will die Koffer rum... Hallo. Ich kann... Ich kann... Ein ausgestopfter Bär. Danke, Trinkgeld habe ich mir schon selber gegeben. Ja, ich kann Kunden ausrauben. Megamäßig. Oh, die tankt doch noch richtig viel. Oh, wir sind doch schon fast wieder bei 100 Liter. Müssen bald wieder Tankfüllung nachbestellen, ne? Wenn ihr als Kunde hier reinfahren würdet... Das sieht doch schon ein bisschen nett aus, oder? Nein? Sieht scheiße aus? Nein? Naja. Die Tür ist seltsam. Nicht wirklich. Okay. Planendung. Was ist, wenn ich dem Hydranten hier eine kleine Mütze aufsetze? Was würdet ihr dann sagen? Das wäre cool. Besser. Richtig sexy. Na sie... Ihr seid... Seid so dumm. Irgendwann werden hier auch Leute... Ich habe auch acht E-Mails. Ich weiß, ich lese die alle gar nicht. Wow. Einrichtung. Regale. Heilige Scheiße. Ich kann Snacks und Getränke. Ich komme doch kaum auf mein eigenes Leben. Klar, jetzt mach doch mal ruhig. Großes, erfrische Tränke. Stand 200 Tacken. Ich habe 1000. Na meint, ich bin reich. Okay, wir holen uns einen großen... Einen großen Essensstand holen wir uns. Wir holen uns... Einen großen Gefrierschrank. Wir werden hier einfach das absolute Shoppingparadies machen. Und das wird richtig gottlos teuer. Wir werden hier bezahlen. Weil sie einfach keine andere Möglichkeit haben. Wir sind die einzige Tankstelle auf Route 66. Boah, bist du groß. Du bist ja größer als meine Tankstelle, hä? Halleluja. Das ist jetzt nicht schön, aber es ist okay. Erstmal müssen wir den Kunden hier bedienen. Moin. Mir wurde gerade Burger King-Werbung reingedrückt. Apropos, ich habe hier Nuggets. Prost. Gute Fahrt, Opa. Gute Fahrt. Oh, ich habe vergessen, dich auszunehmen. Nein, warte, warte, warte. Nein. Ach, das wäre so geil. Könnte ich den im Drive-By. Come on. Ach nein. Ich kann leider nicht, während er fährt. Nächstes Mal. Ich muss die Inneneinrichtung auch noch ein bisschen schöner machen. Ich hoffe, das ist uns allen bewusst. Aus der Reihen. Aus der Reihen. Aus der Reihen. Oh, was willst du denn jetzt hier für ein Fragezeichen? Einrichtung. Sonstiges. Parking. Ich kann Parkplätze anbieten. Oh. Einkauf kann nicht getätigt werden, bevor der Bereich nicht gereinigt wurde. Ah. Okay. Ich muss mit Rudy einmal ein bisschen cruisen. Aber für Rudy brauche ich erstmal ein bisschen Sprit. Kriege ich hier vorne? Kann ich mir auch selber Sprit zapfen eigentlich? Ah. Hier vorne kriege ich das her. Okay. Ich glaube, hier habe ich es auch das letzte Mal herbekommen. So. Rudy, Rudy, Rudy. Muss ich erstmal die Kippe hier, die ich noch drauf habe, wegpacken. Boah. Guck mal, wie links die Tankanzeige runter geht. Was ist denn die so am schlucken? So. Mal direkt davor stehen bleiben. Und dann den richtigen Pixel erwischen, womit man das hier wegmachen kann. Nice. Boah. Wendekreis. Das läuft aber. Ein bisschen zumindest. Und rein. Ich packe Rudy einfach mal direkt hier. Und dann kaufe ich ganz kurz den Parkplatz. Obwohl, den kann ich einmal ganz kurz ausrauben natürlich. Dass die jetzt auch gar nicht juckt, ne? Oh, ich habe schon mal Skyrim gespielt. Das ist kein Problem für mich. Altes Wagenrad. 4 Euro. Ach komm, du hast ein altes Wagenrad. Na gut, was habe ich bei der Karre erwartet? Bum, 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 bum. Wait, da ist ein Geist. Stop. Stop. Hä? Habt ihr das gesehen? Was zur Hölle hat der Geist da gemacht? Warum spukt es hier? Wait, ist das Elvis? Der ist einfach hier am rocken. Wie cool. Er ist voll die gute Attraktion hier. Geil. So, jetzt können wir das hier kaufen. Geil. Aufgabe erledigt. Was machen wir denn da? Reparieren wir da auch Autos? Oh, guck mal, da ist er. Mr. Elvis. Oh, wir haben einen auf dem Parkplatz stehen. Hallo. Was ist denn dein Ziel? Wir haben auch keine Produkte da irgendwie noch drin, ne? Habe ich nicht irgendwie Produkte bestellt? Tränkelager? Lagerhaus? Habe ich nicht Produkte bestellt? Bin ich doof? Was habe ich denn bestellt? Lieferung, Kraftstoff. Ich kann nochmal ein bisschen Kraftstoff bestellen, ne? Ich glaube, das wäre gar nicht so schlecht. Ich habe nochmal 100 Kraftstoff. Bam. Dann sind wir da on top. Hi. Das kann ich für dich tun. Ja, ich frage mich auch, wo das alles ist. Glaub mir, ich frage... Du hast... Ehrlich den Müll? Sekunde. Ich habe hier vorne ein Telefon. Boah, es ist jetzt hier aber voll geworden. Sekunde. Hi. Oh, und wie? War richtig patte. Sorry, nephew, but there is just no room for charity in this world. I hope you'll find it within your finances to repay the debt. Otherwise will be forced to see to more persuasive methods of reimbursement. Don't have me wait too long now. Jetzt muss ich von dem was zurückzahlen? Egal, sind aufgefüllt worden. Du Stück, ich dachte, was war mit dem Talk über Familie und so? Oh, Bruder, die kann es umsonst haben. Was ist denn mit dir los? Das sieht immer aus wie so ein kleiner Mann, der aus dem großen Mann rausguckt. Man kann es nicht anziehen machen, wenn man es einmal gesehen hat. Es ist aus wie ein kleiner Mensch, der aus dem großen rausguckt. Wenn du shift links, um das Band zu bewegen, halte... Boah, das ist aber auch kompliziert. Da lesen wir nicht durch. Okay, was muss ich machen? Vielleicht hätte ich mich doch durchlesen. Ach, da kommt es. Erfolgreich... Was muss ich denn erfolgreich stellen? Ah, ich muss dann da rüber und dann da reinlegen. Ey, ich hab ein... Sorry, ich bin doof. Ich mach das das erste Mal. Soll ich bitte nicht schlagen. So, hopp und hopp. Ich muss dann die Maus gedrückt halten dafür. Okay, das ist deutlich einfacher. Okay, jetzt hab ich's... Jetzt hab ich's geschnallt. Kann ich eigentlich auch das nehmen, während ich das Band... Oh, yes. Oh, yes. Speedrun. Boah, ey, what? Du kaufst ja Produkte. Ich wusste selber nicht mal, dass wir die haben. Wo hast du die denn ausgebuddelt? Bam. Geil. Sechs Kröten. So. Wer hubt denn da, Mann? Ich bin... Ich hab hier Kunden. Kann man hier auch Personal einstellen? Ah, ich kann hier den Speedmodus einleiten. Gut, das ist gut zu wissen. Wer hubt denn hier? Was ist denn jetzt hier los? Oh. Ach, ich muss die Tankung einleiten. Der andere ist zu blöd dafür. Der kann halt nicht drehen, oder was? Elon. Hast du nicht mal Raketen gebaut oder sowas mit dir? Oh, boy. Das ist auch noch der Mucki-Typ. Bei dem ich das Einkauf verkack. Mit dem willst du es nicht verkacken. Ja, gerne doch. Mit dem willst du es nicht verkacken. Und jetzt mach die Biege. Das ist nicht so gut. Oh, wir haben wieder Kunden. Das ist ja Multitasking. Hallo. Bam. Bam. Das ist ja Supermarkt-Simulator und Tankstellen. I'm. Oh. Ich hab einen. Hab ich verkackt, oder was? Boah, was ein Tag. Übrige Zeit. Eine Minute. Verbleiben ist da. Ich muss 5000 Putten machen. Wie soll ich denn 5000 Putten machen? Hallo. Oh, die Kops sind da. Die Kops kommen. Die Kops kommen. Die Kops sind da. Bezahl das Darlehen. Ähm. Ich weiß gar nicht, ob ich 5000 habe. Muss ich das Darlehen am PC bezahlen? Alles easy. Muss ich das Darlehen am PC bezahlen, das Darlehen? Dienstleistung. Darlehen. Ah, hier. Auszahlen. Äh. Ja. Ja, bitte. Ich brauch deine Zahlung. Keine Ahnung. Ich kann dir einmal ein Geld geben. Mehr hab ich nicht. Mehr hab ich. Ich hab keine 5000. Wo soll ich denn 5000 herbekommen? What the fuck macht der Kops da? Ist ja wie Fred Feuerstein gerade im Auto gelaufen. Oh, verdammt. Wir haben nur noch drei Sekunden, um das Darlehen zu zahlen. Wie soll ich denn 5000 herbekommen? Wo soll ich 5000 herbekommen? Wo? Oh nein. Jetzt gibt er mir richtig Einlauf. Hey, Pong. Hä? Oh shit. Wo ist unser Gott verdammt Geld? Ja, da haben wir aber ein nettes Familienmitglied. Was zur Hölle? Womit haben wir uns denn jetzt angelegt? Oh, der Kofferraum sieht knackbar aus. Oha. Mit dem Rauch, der an der Zigarre fixiert ist. Ja, nix mit Familie und so, ha? Ja, nix mit Familie und du hast eine Gasstation zu fahren. Dun, dun, dun. Oh shit. Hm? Hey, nephew. Back on your feet? Let's forget about this debacle for the time being. Ihr habt mir die Nase gebrochen, die Elendigen. Trinken wir hin. Ah, gut. Kann ich eigentlich... Ist das dreist? Seid ehrlich, ist das dreist? Das ist cool. Das machen die hippen Kids so. Äh, 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 äh. Dennis war's. Dennis. Ich kümmere mich drum nächstes Mal, okay? Ich kümmere mich drum. Kommen Sie bitte wieder. Boah, bin ich scheiße. Das hat gar nicht funktioniert. Fuck. Was willst du denn am PC? Aktualisierung. Oh, ich kann die Stufe 2 freischalten. Nice. Und dadurch schalte ich das Lager frei. Ich schalte eine Werkstatt frei. Es gibt auch noch eine... Tatsächlich, ich hab... Ich muss tanken. Ich muss Autos ausrauben. Ich muss Kunden bedienen. Ich muss einen Supermarkt managen. Ich muss eine Werkstatt managen. Ich muss ein Lager managen. Ich brauche Angestellte. Das mache ich nicht alleine. Oh, oh. So, jetzt gucken wir uns mal das Lager an. Hallo, Laguerre. Hier kann ich nur Ruby resetten. Ach, du Scheiße. Warte mal. Ah. Vorsicht. Halte die Tore des Lagers geschlossen. Sonst kannst du bestohlen werden. Ah. Wer? Dennis kommt dir an. Ich hab genau das, was Dennis braucht. Möchte jemand, ha?